Audio Jumbo Wir sind mittlerweile bei der sechsten Folge von The Journey Hunter Returns Und zwar geht es heute um den zweiten Kapitel, der heißt Wieder im Geschäft Wir werden ein Spiel absolvieren gegen den FC Everton, unser erstes Premier League Spiel Und ja, ich hoffe euch gefällt das Video soweit Ich hoffe die Playlist gefällt euch Lasst auf jeden Fall in den Kommentaren mal Feedback da, wie das euch alles soweit gefällt Und ich muss mich halt entschuldigen, dass ich nicht während des Spiels rede Ich habe einfach keine Lust da euch voll zu labern während des Spiels Ich will, dass ihr da alles mitbekommt, auch von der Geschichte her Und ja, ich werde immer ein kleines Intro machen Das Spiel läuft dann ganz normal ab Und ja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß Und wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein, bleibt immer schön dran Peace Peace gehalten, klasse gemacht Hunter, schöne Aktion Ball jetzt bei Pogba Pogba, das muss es sein So, geht er gleich gut los hier Frühes Tor, das wird interessant hier So Dreh geschossen, Torwart ohne Chance Also wenn der Ball mit so viel Tempo dahin geht, dann ist er immer drin Da geht er dazwischen Pogba Martial Klasse Pass Gute Chance Jetzt vielleicht Nee, da geht nicht rein Klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch Es fehlt das Glück Jetzt Alexander Er setzt sich durch Jetzt Hunter Das Tor durch Hunter Der zeigt direkt mal, was er in dieser Saison vorhat Eine gute Aktion Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik Der Pass von Pogba wird abgefangen Sandro Das könnte gefährlich werden Das ist die Chance jetzt Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel Die Chance lebt noch Hereingabe Nee, kein Tor Ach, mit dem Kopf, was für eine Aktion Ganz energisch Und jetzt die Chance Chance für Hunter Aber die Vergangenheit Ballverlust Pogba mit dem super Zuspiel Und jetzt Hunter mit dem Ball Jetzt vielleicht Mit seinem Einsatz verhindert er das Das war nicht zwingend genug Den hält er sicher Sehr gut Guter Ball nach draußen Den Ball hat er Ganz souverän Jetzt Alexander Das war sehr gut Nach wie vor lebt diese Chance Martial ist es das Und das ist der Ballverlust Da geht die Mauer noch ein Stück Jetzt die Chance Keitor Klasse gemacht Das war knapp Wenn er den Schuss einen Tick tiefer ansetzt Dann wird es noch gefährlicher Der Ball geht über den Kasten Auch wenn hier nicht viel gefehlt hat Alex Hunter Toller Pass Guter Steinpass Und jetzt die Chance Und da ist das Tor Für Man United Direkt der erste Sieg am ersten Spieltag Ein schöner Erfolg also für den amtierenden Meister Und das verspricht natürlich Wolf einiges für diese Saison Wenn die jetzt schon wieder so gut drauf sind Wenn die vielleicht sogar noch besser werden Da musst du wieder mit ihnen rechnen Er hat heute wirklich gut gespielt Buschi Stark gespielt Hat seinen Treffer gemacht Hatte weitere gute Chancen Ein Faktor für den Sieg heute So die Spannung Hat ein bisschen Vielen Dank